Wir werden jetzt eine Kontemplation zusammen machen. Um das zu machen, möchte ich erklären, wozu die Kontemplation auch dringend nötig ist als eine Begleitung für die Meditation. So, wie ich gestern Abend die Meditationsmethode erklärt habe und auch ihre Vorteile, die wir davon haben, so zielt das alles auf die Ruhe hin, auf die Möglichkeit, den Geist so zur Ruhe zu bringen, dass er nicht mehr denkt, sondern erlebt. Und natürlich sind dabei auch Einsichten mit eingeschlossen. Aber der Hauptwert wird gelegt darauf, dass der Geist zur Ruhe kommt. Bei der Kontemplation sieht das anders aus. Der Hauptwert wird darauf gelegt, Einsicht zu bekommen. Und dies sind die beiden Richtungen der Meditation, was ich schon einmal erwähnt habe, Ruhe und Einsicht. Es gibt viele Methoden, aber nur diese beiden Richtungen. Und es ist von äußerster Wichtigkeit zu wissen, was man macht. Ziele ich jetzt auf Ruhe oder ziele ich auf Einsicht? Denn nur wenn ich weiß, wozu ich meine Willenskraft und meine Entschlusskraft hervorgerufen habe, kann ich dieses Ziel auch verfolgen und nicht den Geist irgendwo herumwandern lassen. Er wird auch trotzdem noch herumwandern, auch wenn wir schon wissen, was wir im Sinn haben. Aber wenn wir überhaupt nicht wissen, was wir im Sinn haben, dann wird er noch viel mehr herumwandern. Wenn wir also einen Moment auf dem Atem bleiben, so zielen wir auf die Ruhe. Und dieser eine Moment der Konzentration ist ein Moment der Läuterung. Und das ist das, was wir zuerst hier ansprechen werden, den Läuterungsprozess. Ich habe ihn gestern Abend schon angesprochen und habe ihn als Entsagung bezeichnet. Und wir werden ihn jetzt als Läuterung bezeichnen und sehen, wie das vor sich geht. Es geht teilweise automatisch durch die Meditation, aber nur teilweise. Der größte Teil muss schon außerhalb der Meditation auch noch bearbeitet werden. Manchmal bekommt man im Leben so viele sogenannte Nackenschläge, dass einem nur zwei Möglichkeiten übrig bleiben. Entweder man geht in die Depression oder man fängt an, sich zu läutern. Die Menschen, die viel Vernunft haben, fangen an, sich zu läutern. Die anderen gehen dabei in die Depression, müssen vielleicht dann später anfangen. Man kann aber auch sich anfangen zu läutern ohne jegliche Nackenschläge, indem man einsieht, dass das der einzige Weg ist, der einen selbst zum Glück führt. Und um diesen Läuterungsprozess also nicht nur ganz kurzfristig in der Meditation zu erleben, wo Ruhe kommen soll, wollen wir auch in der Kontemplation eine stärkere Selbsterkenntnis bekommen, sodass wir den Läuterungsprozess dann ganz bewusst und nicht automatisch, sondern absichtlich fortsetzen können. Wenn wir eine Einsicht in uns bekommen, die nicht so ist, wie wir es gerne hätten, ist das kein Grund zur Trauer oder zum Tadeln, sondern ein Grund zur Freude. Ohne die Einsicht können wir uns nicht ändern. Die Formel heißt erkennen, nicht tadeln, ändern. Und um diesen Fragen bereits vorauszugehen, ob Erkennen eventuell unterdrücken wäre, möchte ich darauf hinweisen, wenn es das wäre, wäre es kein anderes Wort. Erkennen ist genau das Gegenteil von unterdrücken. Erkennen bedeutet sich kennenlernen. Sich selbst kennenlernen ist das Wichtigste, was wir tun können, weil es der Weg nach innen ist. Uns selbst kennenlernen. Und hier in der Kontemplation und auch in der Meditation besteht keine vernünftige Möglichkeit, irgendjemand anders für irgendetwas verantwortlich zu machen, was wir selbst in uns empfinden. Wir können uns natürlich immer noch etwas ausdenken aus der Vergangenheit. Aber wir haben uns vielleicht schon gemerkt von gestern Abend eventuell, dass wir versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Es ist der einzige Moment, der existiert. Jeder andere Moment ist verloren. Ganz egal, was man sonst darüber gehört hat. Jeder andere Moment ist verloren. Es gibt nur einen einzigen und das ist der jetzige. Er ist natürlich geprägt von allem, was wir bereits unternommen haben. Aber diese Prägung ist möglich zu verändern. Und das ist das, was wir hier lernen, im Leben weiterführen und immer wieder als unseren spürtüllen Pfad erkennen können. Wenn wir das als unseren eigenen spürtüllen Vater kennen, haben wir eine Richtung im Leben. Eine ganz klare, deutliche Richtung, die uns immer wieder Glück und Freude beschert. Leichtigkeit des Geistes, weil wir wissen, wozu wir hier sind, wozu wir als Menschen auf der Welt sind. Wir haben eine ganz klare Richtung. Und wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, was andere getan oder gesagt haben. Oder jetzt sagen und jetzt tun. Das einzige Kümmern ist Mitgefühl. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber uns selbst berührt nur erkennen, nicht tadeln, ändern. Das Erste ist gar nicht so schwierig. Das Zweite und Dritte, nicht ganz so einfach. Das Zweite geht noch mit dem Nicht-Tadeln. Das kann man noch intellektuell verstehen. Man kann es vielleicht nicht tun, aber man kann es wenigstens verstehen. Aber das Enden, dazu gehört Kraft. Herzens- und Geisteskraft. Wir bestehen aus beidem, aus Herz und Geist. In Pali, in der Sprache, die der Buddha verwendet hat und in der seine Lehrreden aufgezeichnet sind, heißt Chitta beides, Herz und Geist. Für uns ist es aber einfacher, wenn wir das teilen und den Geist als unser analytisches, logisches und intellektuelles Verstehen bezeichnen und das Herz als unser emotionales und Empfindungsmöglichkeit, Fähigkeit. Und da wir beides haben, müssen wir beides ansprechen. Das werden wir auch tun. Und wir werden zuerst einmal unser Gefühlsleben ansprechen, weil das ist nämlich das Ausschlaggebende. Wir können uns ausdenken, was wir wollen. Am Ende ist unser Gefühlsleben das, wonach wir uns richten. Wir bekamen so viele Möglichkeiten, uns etwas auszudenken. Der Geist heißt ein Zauberkünstler. Und er kann sich so viel ausdenken und dann am Ende sagen, ich weiß. Und das kann sogar stimmen. Aber Wissen und Können sind meilenweit auseinander. Wir wissen unendlich viel mehr, als was wir können. Und ein Kurs so wie dieser ist darauf ausgerichtet, das Wissen in das Können umzusetzen. Daher ist das Wissen nur ganz kurz und wenig angesprochen. Aber die Praxis, das Können viel mehr. Und es sind auch die Worte des Buddhas in der Dhammapada, wo viele verschiedene Verse, die er gesagt hat, zu finden sind, wo er sagt, dass viel wichtiger als 100 Strophen zu kennen, ist es eine Strophe zu praktizieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn gerade in unserer westlichen Gesellschaft, wo Wissen sehr hoch angesehen ist und gut bezahlt wird, haben wir den Zugang zum Können sehr viel verloren. Das bezieht sich sogar auf handwerkliches Können. Aber noch viel mehr auf spirituelles Können. Wir wissen von Kindheit an viele Dinge. Wir wissen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer kann's? Und wir wissen, geben ist seliger als nehmen. Und wer kann's? Wer fühlt sich seelisch dabei? Wer fühlt sich überhaupt seelisch? Glückselig. Und dennoch wissen wir unterschwellig, dass es so etwas geben muss. Und sogar vielleicht bewusst, aber unterschwellig bestimmt. Die innere Sehnsucht, die in unseren Herzen spricht, ist nicht zu überhören. Und ist auch der Grund, zu einem Meditationskurs zu kommen. Es gibt keinen anderen wirklich schlagkräftigen Grund dafür. Diese innere Sehnsucht ist eine Wahrheit, an der man nicht vorbei kann. Aber man muss sich darüber klar sein, dass man sie nur selbst befriedigen kann. Kein anderer kann dazu etwas tun. Wer soll mich erkennen, mich nicht tadeln und mich ändern? Das kann doch nur ich. Wir haben sicher alle schon versucht, jemand anders zu ändern. Um gut zuzureden, ihn auszuschimpfen, im Zerklären. Ein sinnloses Unterfangen, wie jeder wohl schon gemerkt hat. Sich selbst zu ändern, ist schon schwierig genug. Ich habe einen Lieblingsspruch, den ich gerne mit euch teilen möchte, den ich bei jeder möglichen Gelegenheit vorbringe. Und zwar ist das ein Spruch von Rabbi Hillel, der ein Rabbi in dem Jerusalemer Tempel vor seiner Zerstörung im Jahre 70 unserer Zeitrechnung war. Er war ein großer Rabbi, aber seine größte Berühmtheit liegt in diesem Ausspruch. Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und immer, wenn einem die Meditation vielleicht ein bisschen zu viel wird, oder man denkt, irgendein anderer sollte ruhiger sitzen, weniger husten, schneller kommen, doch dabei sein. Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann dann? Heute ist der erste Tag von dem Rest unseres Lebens. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Anders wie vorher? Was Neues? Will ich etwas bekommen? Wie sieht es aus? Ich empfehle sehr häufig, und auch diesmal, sich einen Zettel oder ein kleines Tagebuch anzuschaffen. Wir haben da unten, wo die Bücher sind, auch kleine Tagebücher liegen, und sich einmal aufzuschreiben. Was will ich eigentlich mit dem Rest meines Lebens anfangen? Worum geht es mir eigentlich? Was ist mir wichtig? Und dann, nach zwei Tagen, wieder nachschauen und sehen, ob es immer stimmt. Und dann am Ende des Kurses mal nachschauen, ob es dann noch stimmt. Wenn der Kurs gut für einen verlaufen ist, dann stimmt es nicht mehr. Da muss man was Neues reinschreiben. Dann ist der Kurs sehr gut gegangen. Darum ist es hilfreich, sich einmal aufzuschreiben, weil unsere Gedanken so flüchtig sind, dass wir sie überhaupt nicht festhalten können und aber gar nicht feststellen können, was da eigentlich ist. Aber wenn wir so etwas aufschreiben, so einen richtungsgebenden Satz oder vielleicht auch nur Stichworte, dann wissen wir, was wir wenigstens am Anfang dieser Woche gedacht haben und können das dann vergleichen mit dem, was wir am Ende der Woche denken. Und das ist nicht nur hilfreich, sondern auch hochinteressant. Was könnte interessanter sein, als sich selbst einmal kennenzulernen? Wir haben Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen, sollen wir auch haben. Und wir haben Interesse daran, andere Menschen gut zu erkennen, ihre Psychologie zu durchschauen, was uns ja auch öfter mal gelingt. Aber am wichtigsten ist es, unsere eigene zu durchschauen. Und einmal wirklich kennenzulernen, was sich da drin abspielt. Und dazu muss man nicht etwa Psychologie oder Philosophie studiert haben. Überhaupt nichts muss man studiert haben. Man muss nur aufpassen, was sich bei einem selbst abspielt. Ich habe gestern Abend zur Meditationsanweisung und auch zur Einleitung erwähnt und möchte es noch einmal betonen. Das Etikettieren der Gedanken. Den abschweifenden Gedanken bei der Meditation einen Namen geben. Der Name kann sein, wie er will. Es handelt sich darum, der objektive Beobachter zu sein, daneben zu stehen und einmal zuzuschauen, was sich im Geist abspielt. Es ist das reinste Theater. Und dieses reinste Theater wird uns auch auf den Fernsehern, in den Medien überall vorgeführt. Aber da keiner sagt, das ist ja das reinste Theater, glaubt jeder, so ist es. Ein Moment nachdenken wird einen bestimmt davon überzeugen, dass es das reinste Theater ist. In Wirklichkeit, was wollen wir denn? Wir wollen inneres Glück und inneren Frieden. Wir wollen gar kein Theater in unserem Geist. Genauso wenig wollen wir so ein Theater in unseren Emotionen. Und da wir das gar nicht wollen, diese Emotionen, die sich da negativ zeigen, so glauben wir fast immer, dass irgendjemand daran schuld sein muss. Irgendjemand außerhalb von uns selbst, der irgendetwas gemacht, gesagt oder angeregt hat, was uns dann dazu bringt, negativ zu sein. Wie oft hat jeder das schon gemacht? Hunderte, Tausende von Malen. Und was hat es gebracht? Gar nichts. Ärger hat es gebracht, wenn man es gesagt hat, mit dem Anderen. Oder Ärger in sich selbst, über den Anderen. Weiter bringt es ja nichts. Das können wir hier vollkommen loslassen. Eine weitere Entsagung. Die Anderen mal loslassen. Die haben mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Die sind wahrscheinlich gar nicht hier. Und die sind mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Oder vielleicht sind sie gar nicht mehr am Leben. Und immer noch hat man diese emotionellen Empfindungen und Reaktionen und trägt sie mit sich rum, als wären sie ein Schatz. Wir haben ganz andere Schätze. Und die wollen wir mal ausgraben. Ausgraben ist das richtige Wort. Denn im Allgemeinen sind sie verschüttet. Verschüttet durch Reaktionen, durch Gedanken und durch falsche Meinungen und Ansichten, das irgendjemand, irgendetwas bei uns verursacht hat. Karma bedeutet Ursache und Wirkung. Und jeder ist der Eigentümer seines Karma. Aber das werden wir noch ein andermal besprechen. Den eigenen Schatz in sich zu finden, ist der Sinn eines Meditationskurses. Wie wir den finden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Ruhe, wo wir ihn finden können. Muss man aufhören zu denken. Es gibt Einsicht, wo wir loslassen können. Und auch da können wir diesen inneren Schatz finden. Dieser innere Schatz ist das Einzige, was wert ist, zu suchen. Und in Wirklichkeit haben wir alle unser Leben dazu verwendet, Schätze in der Welt zu suchen. Schätze, die nicht immer sich um Geld und Reichtum handeln müssen. Aber irgendwelche Schätze, die wir dann natürlich festhalten wollen. Was uns rechtlich viel Angst bringt. Denn jeder weiß ganz genau, dass nichts festzuhalten ist, auch wenn es kaum jemand zugibt. Aber wissen tun wir es dennoch. wieder der Unterschied zwischen Wissen und Können. Wer weiß nicht, dass alles fließt? Wer kann so leben? Sehr wenig Menschen. Das muss man üben. Jeder kann es lernen. Und wenn wir mit dem Fluss mitfließen, uns nicht gegen ihn stellen, dann haben wir Leichtigkeit, Beschwingtheit, Sorglosigkeit. Denn wir fließen mit. Sobald wir uns gegen den Fluss stellen, sind wir in einem Strudel verfahren. Den Schatz in uns zu suchen und zu finden auf der Ebene der Einsicht bedeutet, dass wir unsere Liebesfähigkeit Liebesfähigkeit entdecken, die nicht davon abhängig ist, dass jemand vor uns steht, der liebenswert ist. Es gibt kein schöneres Erlebnis für das eigene Herz. Es gibt nichts Wichtiges für den Frieden der Welt. Wir alle sind die Welt. Und wenn wir nicht mit uns selbst Frieden schließen, dann bleibt in uns der Kriegsschauplatz bestehen und der äußert sich in unserer Umfeld in kleinem oder größerem Maße. Was sonst? Also, wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und das bringt die Verantwortung ganz klar und deutlich zu jedem Selbst. Und das ist eins der interessantesten und wertvollsten Teile der Lehre des Buddhas, dass wir die Selbstverantwortung tragen. Wir machen es. Wir brauchen auf niemanden zu warten. Im Allgemeinen müssen wir auf etwas warten. Und das geht uns wahrscheinlich allen so. Auf die Anweisung, auf den Wegweiser. Nur haben die Überlieferung der Methoden. Die Methoden sind anwendbar, leicht verständlich und bringen, wenn wir sie üben, unvermeidliche Resultate. Und diese Resultate, die zeigen uns dann, wie wir ein Leben leben können, das viel weniger Schwierigkeiten, Ansturz, Ärger, Ablehnung in sich hat. Es liegt nur an uns selbst. Dazu die Methode, die wir jetzt verwenden werden, ist eine liebende Güte Kontemplation. Wir haben gestern Abend das erste Mal die liebende Güte Meditation in diesem Kurs gemacht. In der liebenden Güte Meditation, die ich als Freundschaft benutzt habe, wir machen jeden Abend eine andere Zugang, versuchen wir, die Gefühle in uns hervorzubringen und, wenn möglich, sie in uns selbst zu verbreiten und zu verschenken. Wenn das nicht gelingt, so ist auch das Denken in dieser Weise hilfreich. Denn wo die Gedanken hingehen, da gehen auch die Gefühle hin. Die liebende Güte Kontemplation ist anders. Da handelt es sich nicht darum, die Gefühle in sich selbst hochzubringen, sondern es handelt sich darum, zu erkennen, was für Gefühle wir manchmal oder öfter in uns haben. Und sollten sie negativ sein, wie wir sie ersetzen können. Und ob wir überhaupt gewillt sind, sie zu ersetzen, das hört sich seltsam an. Aber wenn man sich mal wirklich untersucht, dann kann es sehr leicht möglich sein, dass man die absurde Eigenschaft hat, an den Negativitäten gerne festzuhalten. Und wieso? weil das auch eine Ego-Bestätigung ist. Es ist zwar eine unangenehme, aber es ist wenigstens eine Bestätigung. Glücklicherweise sind die meisten Menschen davon immun, aber nicht alle. manche halten ganz fest und wollen nicht glauben, dass man loslassen kann. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür. Es gibt in Indien eine Falle, wo die Jäger Affen drin fangen und die werden dann für teures Geld verkauft. Und diese Falle sieht so aus. Es ist aus Zweigen geflochten wie ein kleiner Tunnel. Er hat einen schmalen Zugang und dann ein weiteres Gewebe. In dem weiteren Teil liegt eine Süßigkeit. Affen essen sehr gern süßes Stück Zucker oder so etwas. Und wenn ein Affe vorbeikommt und merkt, da ist etwas Süßes zu haben, dann steckt er seine Pfote in diesen kleinen Tunnel hinein und ergreift nach der Süßigkeit. Und dann kann er nicht mehr heraus, weil die Faust nicht mehr durch den schmalen Tunnel geht. Alles was er zu tun hätte, wäre das Stück Zucker los zu lassen. Dann kann er ohne weiteres wieder heraus los lassen. Wer kann das schon? Immer wieder loslassen. Diese Geschichte ist sehr wichtig, eine ganz wichtige Geschichte und wird auch in der buddhistischen Lehre immer wieder erzählt. Es ist nicht eine Fantasie Geschichte, diese Affenfalle wird wirklich verwendet, auch heute noch, aber sie ist bezeichnend und typisch loslassen. wieder loslassen. Und eines Tages sind wir ganz frei, weil wir heraus können. Um diese Kontemplation zu machen, werde ich die Sätze vorsprechen und bitte euch, sie mal nachzusprechen, was einem hilft, sich an sie zu erinnern. Und nachdem ihr sie nachgesprochen habt, werde ich noch etwas darüber sagen, um die Kontemplation zu unterstützen.